Hallo, willkommen zu einem neuen Video von Deutschking. Das Auto. Mit dem Auto kann man in den Urlaub fahren. Weite Strecken fahren. Es gibt zwei Arten von Autos. Elektroautos und Benzinautos. Ja, das Auto ist ein Fahrzeug mit Motor betrieben. Mit Motor betrieben. Das Auto ist ein Fahrzeug mit Motor betrieben. Tschüss. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben.